So, ein recht herzliches Willkommen YouTube zum Dr.Roth Inkognito noch. Jetzt wird es gleich richtig Dr.Roth geben. Der Doktor wird jetzt in dem Moment gleich fertig gemacht. So, in diesem Sinne, habt viel Spaß, ich werde meinen Eid schwimmen. So, ja, ich bin soweit. Ja, Sie müssten das einmal auch sagen. Okay, dann mache ich heute meinen Eid. Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patienten oder meines Patienten wird mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Ich werde nicht zulassen, die Erwägung von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflicht und meinen Patienten oder Patientinnen drehten. Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientinnen und Patienten hinaus wahren. Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben. Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen der ärztlichen Berufes fördern. Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schüler und Schülerinnen, die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. Ich werde meine medizinischen Wissen zum Wohle der Patientinnen oder des Patienten und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen. Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. Ich werde selbst unter Bedrohung meine medizinischen Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten oder bürgerlichen Freiheiten anwenden. Ich gelobe feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. Ja, perfekt. Das war's ja noch schon. Ich bereite kurz noch Ihr Diplom vor und dann schicke ich Ihnen das gleich auch über Defunk. Jo, danke. Perfekt, dann können Sie wieder rausgehen. Jo. Ich danke. Gibt's keine Blumenstraße, kein Essen, keine Feier oder so? Wie können Sie mit Ihrer Eule halten, wenn Sie möchten? Welche Eule? Naja, Ihr TV-Kopf, wissen Sie, ich weiß nicht, wie Sie das nennen. Achso, ja, das dritte Auge. Ja, da muss aber was da rüberfließen dann von der Zuschauerschaft. Ich muss das Diplom ja noch bezahlen, also so einfach lasse ich mir das nicht nehmen. Geh? Alles klar. So, also. Danke. So, in diesem Sinne, das war ein Video vom Dr. Roth und jetzt offiziell Dr. Roth im Amt und Würden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Offenbacher. Also an den YouTube, an das YouTube-Video. Also an der YouTube-